Während meiner Schulzeit dachte ich, dass die Freundschaft mit George meine Familie ersetzen könnte. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich acht war. Ich erinnere mich noch daran, wie Dad mir eine Predigt über Rechte, Pflichten und unser Vaterland hielt, bevor er sein Auto packte und verschwand. Seit diesem Tag habe ich mich oft gefragt, warum er uns im Stich gelassen hat. Pflichten. Wenn ich mir diese Jungs ansehe, dann sehe ich meine neue Familie, meine Brüder. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Also, wenn ihr mich fragt, ich glaube, dass Superman aus Batman Kleinholz machen würde. Hältst du den Batarang etwa für ein Spielzeug? Oh, Batarang, das klingt wirklich unglaublich gefährlich. Superman hat nicht mal eine richtige Tarnung. Der setzt eine Brille auf und verhält sich wie ein Idiot. Kommt dir bestimmt bekannt vor, was, Legget? Ich mag nun mal Superhelden mit Verstand. Legget, der Typ kann Dinge mit den Augen schmelzen. Mit den Augen! Das reicht jetzt! Ihr labert so viel Mist, dass man damit einen Pool füllen könnte. Warum sollte jemand... Klappe! In Ordnung, Superboy, wir müssen los. Hör zu, Baker. Du musst diese Stadt sichern. Morgen trifft hier die 101. ein und wir wollen doch, dass die Jungs es schön ruhig und gemütlich haben, wenn sie ankommen. Also, Baker, kümmere dich drum. Alle in Deckung! Baker, Kontakt! Bewege! Bewege! Verstanden! Bin schon dabei! Verstanden! In Laufschung! Toria! Los, los, los! Bewege! Beeilung! Darüber! Bewege! Wir haben's gehört! Wir haben's gehört! Wir haben's gehört! Bewegung! Darüber! Los, los! Recht! Bewege! Verstanden! Ich hab's gehört! Wir haben's gehört! Ziege! Wir haben's gehört! Wir haben's gehört! Reit! Die Panzine ist leer! Ich muss nachladen! Schieß! Verlage! Hurry and los! Feuer! Aufrücken! Dritte Gruppe! Bei mir ist Red! Alle aufrücken! Weiter! Bewegung! Hitschmeiß! Aufrücken! Red! Kopf vor unten halten! Und los! Los! Bewegung! Da drüben! In Stellung gehen! Red! Los! In die Räume! Da lang! Im Laufschritt! Wir werden alle sterben! Achtet auf die Flanke! Feind ausgeschlossen! Sammeln! Red! In meiner Nähe bleiben! Roger! Ich glaube, die Räume nicht freiwillig ergeben! Ich glaube, die Räume nicht freiwillig ergeben! Setz euch in der Bewegung! Na los! Bewegung! Roger! Los jetzt! Geht klar! Red! Schnell! Ich bin getroffen! Versucht es über die Flanken! Auf geht's! Die sind schnackfest! Der ist erledigt! Wir werden alle sterben! Die schlachten uns ab! Die sind doch festgenagelt! Alle zu mir! Korea! Alle Mann! Bei mir sammeln! Roger! Verstanden! Zu der Deckung! Uns bleibt nicht viel Zeit! Verwägung! Lagert hat erfahren, dass ein Panzer auf dem Weg in diese Gegend ist! Das Munitionslager befindet sich auf der anderen Seite des Gebäudes! Sucht irgendwas, mit dem ihr den Panzer aufhalten könnt! Hier ist noch einiges los! Wir bleiben hier, um euch Deckung zu geben! Okay! Red! Die Tachten! Rückmieren! Los! Schnell! Geht klar! Baker! Runter! Verdammt! Meine Thompson ist leer! Da drüben sind noch mehr Deutsche! Red! Los! Los! Wir stecken! Ah! Vorsicht! Korea! Los! Wir müssen über die Flanke! Sie halten! Vorsicht! Geht klar! Sie sind da fest! Geht über die Flanke! Die Bank von der Karte! Sie haben keine Sterben! Geht über die Flanke! Mist! Meine Waffe ist leer! Verteilt euch! Wir müssen zu Red! Gruppe! Sammeln! Verstanden! Werfe Granate! Werfe Granate! Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Feind ausgescheitert. Versucht es über die Flanken. Da sind die Arme. Die schlachten uns ab. Die schlachten uns ab. Der ist verliebt. Schon dabei. Ich bin getroffen. Feind ausgescheitert. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Los geht's. Ich glaube wir haben alle erwischt. Jeder andere, den ich darum gebeten hätte, zu Fuß einen Panzer anzugreifen, hätte mir gesagt, dass ich zur Hölle fahren soll. Du bist ein ziemlich harter Bursche. Und du wolltest kein Gruppenführer sein. Der Bursche.